Der hier, der, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht verwechselt, müsste eigentlich passen. So, das hier, so, das müssten jetzt bei mir alle Tasten sein, also die Tasten jetzt hier unten nur zum Verständnis, die beiden hier unten sind, wenn man die Sticks nach unten drückt, das ist meistens auch ein Knopf, haben die neueren Gamepads, und ich glaube alte haben das auch, wenn man halt drauf drückt, das zählt auch als Funktion, also auch als Knopf. So, also soweit ist die Konfiguration bei mir fertig, alle Tasten wurden sozusagen erfasst, und ich wäre somit dann ready, in die andere Seite überzugehen, somit den Tasten ihre Funktion zu gehen, und das machen wir dann jetzt auch. Also den Controller, die Controller-Einstellungen, die brauchen wir jetzt nicht mehr, die können wir schließen, jetzt brauchen wir sozusagen nur noch das Fenster hier. Hier sind jetzt die einzelnen Felder, die sind natürlich jetzt alle leer, die werden wir jetzt füllen, damit sich das Ganze jetzt leichter gestaltet, und wir auch eine Referenz sozusagen dazu haben, welche Tasten für welche Funktion gelten, machen wir natürlich das Spiel auf, also Minecraft, zack, da ist Minecraft. So, Minecraft ist offen, wir gehen auf Optionen, Controls, und dort sehen wir natürlich jetzt die ganzen Tasten, die stellvertretend für die Bewegung im Spiel, für die Aktionen sind, die wir aber auf der Tastatur haben. Da wir natürlich aber mit einem Gamepad spielen wollen, müssen wir die jetzt übertragen auf unser Gamepad. Jetzt ist natürlich wichtig, jeder hat seinen eigenen Spielstil, jeder bevorzugt natürlich andere Bewegungen oder andere Tasten für jeweilige Bewegungen. Ich mache das jetzt einfach mal nach meinem Stil, dürfte nicht sehr stark abweichen von dem, was ihr machen würdet. Jeder, der mal Xbox gespielt hat oder ähnliche Spiele an Gamepads, dürfte wahrscheinlich eine ähnliche Konfiguration verwenden. So, man nimmt, man nimmt sein Gamepad, ähm, Moment, oh, das hängt gerade hier, Kabel, ach, furchtbar. So, also, Gamepads zur Hand, und, ähm, legen wir los. Also, ähm, ich würde sagen, das erste Wichtige ist, äh, die Bewegung. Also, bei der Tastatur wäre das WASD, also W vorwärts, rückwärts, links, rechts. Das ist, äh, dementsprechend, nach meiner Meinung nach wäre das der linke, äh, Stick. Und deswegen macht man hier direkt aus dem vorwärts, also nach vorne ein W, nach hinten ein S, nach rechts ein D und nach links ein A. Also, genau so, wie ihr bei der Tastatur euch bewegen würdet, äh, macht ihr das dementsprechend auch auf dem Gamepad. Äh, nächster Schritt, würde ich sagen, ist, äh, die Sicht, also sozusagen dort, wo ihr hinschaut. Und das wäre dementsprechend dann der rechte Stick, äh, würde naheliegen. Und, ähm, jetzt muss man natürlich ein bisschen tricksen. Dadurch, dass Minecraft in den Controls, das wird ja vorausgesetzt, es ist ein Spiel am Computer, man bewegt sich, oder es schaut sich um mit der Maus, muss man jetzt ein wenig tricksen. Äh, das geht, indem man jetzt da draufklickt, äh, wieder die Tastatur hervor, äh, scheint. Und, äh, schön hier rechts sieht man dann die Maus. Da ist halt wirklich alles drin verfügbar, äh, Maus nach vorne bewegen, Maus nach rechts bewegen, nach hinten, nach links. Sogar Mausraddrehung, äh, rechte, ähm, beziehungsweise linke Maustaste, mittlere, rechte Maustaste. Und, äh, dort macht man jetzt einfach für die Vorwärtsbewegung, nimmt man jetzt den Pfeil nach vorne. Für die Mausbewegung, die man im Spiel nach rechts machen würde, die, äh, nach rechts Bewegung, hier nach hinten und dort nach links. So, soweit so gut haben wir jetzt schon mal die Bewegung an sich und die Sichtbewegung. Also wo man hinschaut und wo man hinläuft. Das ist schon mal, also, denke ich mal, substanziell. Die grundlegenden Sachen, die sind schon mal wichtig. Und, äh, der Rest ist eigentlich, den kann man eigentlich frei wählen. Selbst das hier kann man frei wählen, aber ich würde sagen, das ist wirklich... ähm, sehr, äh, wie soll man sagen, ich würde schon empfehlen, die hier zu machen. Weil sonst kommt man ein bisschen durcheinander mit den Tasten und es wird auch ein bisschen unbequem. So, also, die meisten Leute spielen auch sehr gerne mit dem D-Pad. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr die Bewegung auch hier doppelt machen, das ist gar kein Problem. Also, das ist, das, äh, beißt sich nicht. Wenn ihr euch lieber mit dem D-Pad bewegen wollt, könnt ihr auch hier genau dieselbe Einstellung übernehmen. Das ist gar kein Problem. So, äh, machen wir einfach mal weiter. Also, ich springe ganz gerne auf der A-Taste. Deswegen tue ich da jetzt einfach mal springen drauf. Das ist Space. Ähm, gemäß, äh, Final Fantasy-Spielern, die gerne mal, oder anderen RPG-Spielern, die gerne mal ihr Inventar auf Y aufmachen, oder halt Dreieck, tue ich hier mal I hin. Hier geht das Inventar auf. So, hier sehe ich gerade, hat sich was reingeschlichen. Irgendeine Taste, die ich vorhin wahrscheinlich bringe. Vorhin wahrscheinlich auch den Knopf gekommen. Ähm, ich würde mal sagen, hier machen wir jetzt einfach mal Schleichen rein. Das ist, glaube ich, Shift, linke Shift-Taste. So, linke Shift-Taste, schließen. Und, äh, das würde ich sagen, machen wir einfach mal für, ähm, Gegenstände droppen. Cool, für droppen. So. Jetzt haben wir natürlich schon einiges belegt an Tasten. Wichtig natürlich, äh, was noch fehlt, ganz klar, ist die Aktionstaste. Äh, Tunnel bauen, Wände kaputt schlagen, Schweine jagen, alles gehört dazu. Ähm, würde ich mal sagen, nehmen wir einfach mal hinten die, ähm, Trigger-Taste. Äh, das müsste theoretisch die hier sein, wenn ich mich nicht irre. Natürlich die Aktionstaste, also sozusagen, äh, das, was ihr tut mit der Hand, mit der Schaufel. Und, äh, die andere Seite wäre dann zum Beispiel Kiste hinlegen, Sachen hinlegen oder platzieren, Wände bauen und so weiter und so fort. Also, die Taste. Ja. Soweit. Eigentlich das Notwendige ist eigentlich schon drin. Mehr braucht man nicht. Ihr müsst natürlich nicht vergessen, oder ihr solltet nicht vergessen, dass ihr jederzeit, ähm, das Gamepad zur Seite legen könnt und die Tastatur benutzen könnt. Also, ihr müsst jetzt theoretisch nicht alle Tasten verwenden. Es ist nicht so, dass die Tastatur sich komplett abschaltet. Ihr könnt weiterhin auch die Tastatur nebenbei noch benutzen. Ähm, ist alles möglich. Wollt ihr natürlich komplett das Gamepad benutzen, würde ich euch empfehlen, noch die Escape-Taste zu beenden. Ähm, damit die wieder zurück ins Menü kommt. Steht hier natürlich nicht drin, aber Escape-Taste ist natürlich mit drin. Würde ich sagen, Start. Passt sehr gut. Ähm, ja, was haben wir denn noch? Chat-Taste. Ja, Chat-Taste könnte man vielleicht hier als, äh, für den Stick zum Drücken nehmen. Da. Ich persönlich benutze die Chat-Taste nicht. Ähm, äh, meistens trifft man sich am Teenspeak oder so, wenn man zockt. Ist ja immer so schön. Und, ähm, ja, was brauchen wir noch? Back to Thema. Toggle-Fog. Hm, machen wir hier. Wie gesagt, äh, auch nicht so wichtig. Geht eigentlich. Ähm, ja, was... Ach ja, ganz wichtig ist noch, ähm, wenn man natürlich im Inventar ist und durch das Menü scrollt, oder halt auch rumläuft und durch das Menü scrollt, wäre natürlich ganz gut Mausrad runter und Mausrad hoch. So, ich würde sagen, das war's soweit. Ähm, ähm, die notwendigen Tasten sind alle belegt. Wie gesagt, die Konfiguration könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das ist, ähm, das ist, äh, das bleibt völlig euch überlassen, ob ihr euch hiermit bewegt oder da mit bewegt oder das, was ihr hier macht, ist wirklich, könnt ihr wählen, wie ihr wollt. Wichtig ist halt nur, dass ihr, äh, es wirklich dann genauso macht. Ihr müsst halt die Funktion immer in die jeweiligen Tasten machen, sonst funktioniert das nicht. Wie eben gerade gezeigt. So, ganz wichtig ist, äh, Minecraft können wir jetzt erstmal minimieren. Ähm, damit das nicht alles verloren geht, macht ihr euch am besten, am besten hier so, als Profil, speichert euch das ab, nennt das irgendwie Minecraft, äh, mein Profil, bla bla, blub, blub, wie auch immer. Zack, rein und, äh, hier natürlich auch einmal speichern. So, alles gespeichert. So, wunderbar. Und jetzt, jetzt ist eigentlich nur noch angesagt, zurücklehnen, Singleplayer, auf geht's, Gamepad zur Hand und chillen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch geholfen und, äh, ja, es würde mich freuen, wenn ihr euch mal meldet. Und viel Spaß beim Zocken und, äh, beim Steine kaputt machen. Dupdi-dupdi-dupdi-dup und springen.